Der dänische Zeichner Kurt Westergaard ist nach langer Krankheit im Alter von 86 Jahren gestorben. Westergaard war unter anderem für seine 2005 veröffentlichten Karikaturen des Propheten Mohammed bekannt, die in der islamischen Welt für Empörung sorgten. Bis 1983 arbeitete der Däne als Deutschlehrer und war anschließend hauptberuflich als Zeichner tätig.